Der Termin für die neuen Nier Automata-Folgen steht fest, die zweite Mrs. Fit of Demon King Academy-Staffel legt eine Zwangspause ein, Lycross Recall erhält ein neues Anime-Projekt und mehr erwarten euch heute. Ich bin Stefan und dies sind die Otaku-News. Los geht's! Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Nier Automata wurde verkündet, dass die Serie in Kürze fortgesetzt wird. Die vierte Episode soll demnach bereits am 18. Februar zur üblichen Sendezeit im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Auch der Simu-Cast auf Crunchul wird ab diesem Tag wieder regulär fortgesetzt. Die neuen Folgen erscheinen somit wie gewohnt um 18.30 Uhr. Ein Simu-Dub wird seit letztem Samstag wöchentlich um 22 Uhr auf Grantschule veröffentlicht. Ob dieser ebenfalls nach der dritten Episode pausieren wird, ist bislang noch nicht bestätigt. Von einer wieder startenden Serie kommen wir zu einer beliebten Serie, welche eine Zwangspause einlegen muss. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von The Missile Fit of Demon King Academy wurde nämlich verkündet, dass die zweite Staffel nach der am Samstag ausgestrahlten Episode eine Zwangspause einlegen muss. Die siebte Episode der zweiten The Missile Fit of Demon King Academy Staffel wurde demnach aufgrund von Produktionsproblemen durch die Covid-19-Pandemie auf einen noch nicht genannten späteren Zeitpunkt verschoben. Die zweite Staffel, die in zwei getrennten Kurs ausgestrahlt werden soll, entsteht erneut unter der Leitung von Regisseur Masafumi Tamura im Studio Silverlink. Grantschule zeigt die neuen Episoden, welche im Januar 2023 im japanischen Fernsehen gestartet sind, hierzulande im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im SimmoCast. Die erste Staffel ist übrigens von Peppermint Anime auf DVD und Blu-ray bereits veröffentlicht worden. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Original-Anime Lycos Recoil wurde am gestrigen Samstag bekannt gegeben, dass sich derzeit ein neues Anime-Projekt zur Serienarbeit befindet. Bislang ist noch nicht bekannt, ob es sich bei dem neuen Anime-Projekt um eine zweite Staffel, eine OVA oder einen Film handelt. Ebenfalls unklar ist, ob die Story der Serie fortgesetzt wird oder mit einer Nebengeschichte einfach erweitert wird. Wir halten euch diesbezüglich wie gewohnt auf dem Laufenden, ein Abo lohnt sich also allemal, drückt dabei die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Der Original-Anime Lycos Recall entstand unter der Regie von Shingo Adachi im Studio Avon Pictures und wurde zwischen Juli und September letzten Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt. Asaura verfasste das Drehbuch, wenn Muro Imigi für das Charakterdesign verantwortlich war. Die 13-teilige Serie steht hierzulande im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln sowie mit deutscher Synchronisation auf Grandschule zur Verfügung. Die Verantwortlichen des Rascal Doos No Dream Franchises gaben über die offizielle Webseite der Anime-Umsetzung bekannt, dass die Fortsetzung ab Sommer diesen Jahres in den japanischen Kinos gezeigt wird. Der Sequel-Film Rascal Doos No Dream of Sister Venturing Out entsteht wie auch die Serie unter der Regie von Suichi Masui im Studio Cloverwalks, während Masahiro Yokotani erneut das Drehbuch verfasst und Satomi Tamura das Design der Charaktere beisteuert. In den Hauptrollen des Streifens, der den achten und neunten Band der Original-Light-Novel-Reihe adoptiert, sind abermals Kaito Ishikawa als Sakuta Asusagawa, Asami Seto als Mai Sakurajima sowie Yorika Kubo als Karaede Asusagawa zu hören. Amazon hat sein kostenloses Streaming-Angebot mit der Mystery-Serie Boogie Pop & Ados aufgestockt und bietet diese ab sofort auf Abruf an. Alle 18 Episoden des Anime können ab sofort kostenlos mit deutscher Synchronisation sowie im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln im Freeway-Channel von Amazon gestreamt werden. Hierfür wird lediglich ein Amazon-Konto benötigt, das ebenfalls kostenfrei erstellt werden kann. Ein deutscher Disc-Release erfolgte hierzulande durch Anime & Publishing, welcher die Serie als Gesamtedition auf DVD und Blu-Ai in den deutschen Handel brachte. Auch Crunchyroll hat sein Programm weiter aufgestockt und bietet ab sofort die Episoden 7 bis 12 von Monster Girl Doctor, welche ab sofort mit deutscher Synchronisation auf Crunchyroll zur Verfügung stehen. So wie die beiden OVE-Episoden Reminiscence an Lilian und Ein freier Tag im Haus Moriarty zur Moriarty-Serie, welche ab sofort im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln angeschaut werden können, an. Alle genannten Titel sind wie gewohnt exklusiv für Premium-Nutzer verfügbar. Auf der offiziellen Webseite der Fantasy Light Novel A Playthrough of Asserted Use VRMMO Live wurde von den Verantwortlichen bekannt gegeben, dass diese eine Anime-Umsetzung erhält. Ein erstes Visual dazu könnt ihr gerade neben mir sehen. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Anime um eine Serie handelt, welche demnächst im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Ein konkreter Starttermin sowie Details zu den Mitwirkungen an der Produktion stehen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch aus. Die Original Light Novel stammt aus der Feder von Hova Hova China und erscheint seit Januar 2014 mit Illustrationen von Yamada im japanischen Handel. Eine Manga-Adoption aus der Feder von Chusai Rikudo wird seit Juni 2014 auf der Alaphapolis Web-Manga-Webseite publiziert. Wie aus einem Eintrag auf der offiziellen Webseite der Anime-Serie Saint Cecilion Pastor Lawrence hervorgeht, wird der ursprünglich für April geplante Start in Japan auf Juli diesen Jahres verschoben. Als Begründung werden durch die erneute Ausbreitung von Covid-19 hervorgerufene Verzögerungen innerhalb der Produktion genannt. Man bedauere die Unannehmlichkeiten, hoffe jedoch, dass die Fans sich weiterhin auf die Anime-Serie freuen würden. Grunchal wird diese im SimoCast übrigens zeigen. Saint Cecilion Pastor Lawrence entsteht unter der Regie von Sumi Noru im Studio Doga Kobo. Durch einen Post über den offiziellen Twitter-Account der Anime-Serie The Genie of AI wurde bekannt, dass diese ab Juli diesen Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Anime entsteht unter der Leitung von Regisseur Yuzo Sato im Studio Madhouse. Ryuno Suki Kinguetsu verfasst das Drehbuch und übernimmt die Serienkomposition, wenn Kei Tsuchiya das Charakterdesign entwirft. In den Hauptrollen sind unter anderem Yumi Miyamoto als Risa Higuchi sowie Takeo Otsuka als Hikaru Soto zu hören. Die Musik wird von Takashi Omama und Natsumi Tabuchi komponiert. Ebenfalls über einen offiziellen Twitter-Account, nämlich den der Fantasy-Serie Helg, wurde verkündet, dass diese ab Juli im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Helg wird unter der Regie von Tatsuo Sato im Studio Satellite produziert und entsteht mit dem Skript von Toshisu Nemoto und Mitsutaka Hirota, mit Yoshinori Deno, für das Charakterdesign verantwortlich ist. In den Hauptrollen des japanischen Speicherkasts sind unter anderem Katsuyuki Konishi als Helg und Mikako Komatsu als Vermilio zu hören. Yoshizuku Matsuoka, bekannt als die japanische Stimme von Kiel-Tunnel Sword Art Online, wird die Rolle von Uztra übernehmen und Shiki Aoki spricht den Charakter Asta. Die Uri-Manga-Rei Hoshikosu Telepath wird im Laufe diesen Jahres im japanischen Fernsehen einen startenden Anime bekommen, dieser wurde kürzlich über den offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben. Für die Regie des Anime ist Kaoi, welche zusammen mit Natsuko Takahashi auch die Serienkompositionen übernimmt, im Studio Gokumi verantwortlich. Für das Charakterdesign ist Takehiro Sakai, welcher bereits bei Yuki Yuna Isahiro mitwirkte, verantwortlich. Die Original-Manga-Rei stammt aus der Feder von Rasuko Okuma und wird seit Juni 2019 im Manga-Time Kiara Magazine veröffentlicht. Bislang kamen drei Bände in den japanischen Handel, das Werk ist zum aktuellen Zeitpunkt weder auf Deutsch noch auf Englisch erhältlich. Die Anime-Adoption zu Run for the Money Great Mission wird ab dem 2. April im japanischen Fernsehen zu sehen sein. Dies wurde über einen entsprechenden Twitter-Eintrag bekannt gemacht. Die Anime-Serie wird unter der Regie von Yukio Kaisawa und Kuhei Kureta im Studio Toei Animation produziert. Tomohio Nakayama übernimmt die Serienkomposition, mit Yuji Onishi für das Charakterdesign verantwortlich ist und Kotaro Nakagawa die Musik komponiert. Im japanischen Speichercast sind unter anderem Marina Inoue bekannt als Toka in Data Live, als Huna Nishino Toei und Jutaro Morikubo als Soya Tumura zu hören. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von Masterful Cat is Depressed Again Today wurde verkündet, dass diese ab Juli im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Adoption entsteht unter der Regie von Kazumasa Yokumine im Studio Go-Hands, wobei Tamaso Yanagi das Drehbuch verfasst und Takayuki Uchida das Charakterdesign beisteuert. Im japanischen Speichercast sind hier unter anderem Yuji Ishikawa als Saku sowie Hiroki Yasumoto in der Rolle des schwarzen Kaders Yukichi zu hören. Am vergangenen Dienstag teilte ein ehemaliger Moderator des Twitch und Discord von Genshin Impact Synchronsprecher Elliot Gindi ein Dokument mit angeblichen Screenshots von Gindis sexuellen Vielverhalten mit mehreren Fans, von denen einigen zu diesem Zeitpunkt angeblich minderjährig waren. Das Dokument verbreitete sich nach der Veröffentlichung wie ein Lauffreuer in der Genshin Impact Community. Das ist ja auch verständlich. Gindi äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. In den letzten Tagen haben über 50 seiner Genshin Impact Synchronsprecher öffentlich ihre Verurteilung und Empörung über Gindis angebliches sexuelles Fehlverhalten zum Ausdruck gebracht. Gindi spricht übrigens Tignari in Genshin Impact. In einer Antwort an Kotaku sagte ein Mihojo-Vertreter zu der Situation. Wir bedauern zutiefst den Schaden, welcher unseren Fans, Spielern, der Community und allen Betroffenen zugefügt wurde. Sowohl unsere internen Teams als auch externe Partner, einschließlich unserer Synchronstudio-Partner, werden gemeinsam an einer dringenden Lösung arbeiten. Wir werden sie über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. Das war unsere Otago-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Drückt unbedingt die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020